Hatten wir eine kleine Krise? Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte man erst in der Lebensmitte kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? 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 Nein, sie bedeutet mir nicht. Ich habe Sehnsucht gehabt nach dir. Sie hat das ausgenutzt, sie bedeutet mir nichts. Ja, genauso wie du mich ausgenutzt hast, genauso wie ich dir nichts bedeute. So ist das nicht. Oh doch, du gibst all denen recht, die immer versucht haben, dich mir auszureden. Und Sie haben verdammt recht. Womit? Dass ein dreckiger Holzfäller, wie du es bist, mich nicht verdient hat. Dreckiger Holzfäller, ne? Du ekelst mich an. Untertitelung des ZDF, 2020